Was das hier ist? Das da? Ein Kugelschreiber. Erfunden in den 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts durch einen ungarischen Journalisten namens Laszlo Miro. Danke. Ich denke, das ist ausreichend beantwortet. So, jetzt würde ich Sie bitten, mir hier die Zeit einzuzeichnen. Und zwar bitte 10 vor 10. 10 vor 10? Bitte. Ich bin nicht mehr Infizien. Ich bin nicht mehr. Dann bin ich nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Vielen Dank.